moin moin und hallo heute möchte ich euch gerne zeigen wie ihr ein apple ipad pro der zweiten generation wenn ihr probleme damit haben solltet sprich wenn ihr einfach kein bild bekommt oder wenn euer bildschirm eingefroren ist wir dann ein hard reset durchführen könnt ein hard reset ist der zweite weg der erste weg ist das soft reset das heißt also wenn ihr noch rein kommt könnt ihr dort ein reset durchführen nicht zurücksetzen reset der zweite schritt ist das was ich euch zeige und das dritte wenn es nicht funktionieren sollte dann könntet ihr noch den dfu modus ausprobieren aber erst mal nummer zwei das hier ist jetzt der hard reset wir haben das ipad vor uns auf der rechten seite oder unten wie ihr das halt sehen möchtet ist noch ein knopf das ist der home button der home button den brauchen wir gleich dafür den kann man nämlich eindrücken und drücken des weiteren wenn ihr das ipad hochhebt habt ihr auf der gegenüberliegenden seite diesen knopf das ist der power knopf damit könnt ihr in den standby modus ihr könnt das ipad starten und wenn jetzt länger gedrückt haltet auch wieder ausschalten in unserem fall funktioniert das jetzt leider nicht das heißt also wir werden jetzt folgendes machen wir drücken und halten hier unten den home button ich zeige euch noch mal näher das ist der home button der auch die touch id in sich beinhaltet den drücken und halten wir gleichzeitig drücken und halten wir auch den besagten power button an der oberseite und das werden wir jetzt zehn sekunden lang drücken zusammen bis das apfel logo erscheint so also home button drücken halten und gleichzeitig den knopf power oben an eurem ipad drücken und halten bis dann die apfel logo sich wieder sichtbar wird und dann geht nämlich das gerät wie ihr hier seht in den reboot modus jetzt wird alles zurückgesetzt eure daten sind sicher keine angst die daten die auf eurem apple ipad sich befinden werden nicht angefasst und nicht gelöscht das gerät geht jetzt sozusagen den neuen den den boot prozess noch mal durch und resetet die einstellungen die das betriebssystem so ein bisschen vorgenommen hatte um lauffähig zu sein es werden auch keine einstellungen von der farbe und von euren zeiten eingenommen also es ist wirklich nur jetzt sind wir wieder drin und können ihr seht haben wieder funktion so kriegt ihr also ein hard reset von eurem apple ipad pro der zweiten generation hin ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun